Hallo liebe Fußballfreunde, Thema TSV Steinbach, Regionalliga Südwest, 2019-2020, 19 Spieltag, TSV Steinbach gegen Kichers Offenbach, Ergebnis 1 zu 0. Startelf, TSV Steinbach Petrikog, Wagner, Hinsic, Christoph, Stüdik, Besantovic, Pabinder, Ilan, Mabouet, Kramer, Moussey Startelf, Kichers Offenbach Trabant, Albrecht, Pezzoni, Kolke, Marcos, Kampakana, Peter, Hest, Zirbel, Trikofus, Hartmann, Reinhardt, das war's von TSV Steinbach gegen Kichers Offenbach, 12.25 Uhr 30.25 Uhr Anschguss cheren 셋 Use Rags 현